Ach, ne Liete wiss, wiss, ja genau. Ich verliere die Schilde! Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Aua, Aua! Oh, der hat mich erwischt. Feuer, Kraft, der heilt los. Du bist nicht aufzuhalten! Meine Fresse, die halten aber was aus. Fahrzeug her. Genau das habe ich gesucht. Das wird der Republik Erde einen großen Dienst leisten. Haben eigentlich... Hier kann was drauf, was kann da rauf eigentlich? Ach, nicht Igo. Hier wollte ich hin. Huch. Ein Zielfernrohr. Wir haben keine Zielfernrohre, okay. So, Benjung der Wildnis 3 können wir wieder nicht machen. Mord in Medellor. Zweige, das können wir aber machen. Zeit für die Abfahrt! Zeit für die Abfahrt! So, warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Noch ein Stück geradeaus. So. 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 Oh, springen wir in den Einzelsprung 50 Meter. Da haben wir uns das Fallen wahrscheinlich jetzt zugerechnet. Ich habe zur Zeit personelle Probleme. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Joa, wenn der Preis stimmt. Ach, wieder mal eine Mine. Und jede Menge Raiders. Oh, verdammt! Das tut weh! Woher weißt du das? Hast du schon mal eine Kugel ins Gesicht gekriegt? Sind hier nicht vorhin noch zwei rumgerannt? Ja, da. Oje, wie fühlt sich das an? Das will ich gar nicht wissen. So. Und dem Kerl wundert es auch überhaupt nicht, dass seine ganzen Kumpels tot sind. Richtig schön in die Frisur reinschießen. Los, gehen wir! Ich habe das Ziel markiert. Gib mir Deckung! Du hast Funken geplündert. Ja. Was sagt mir das jetzt? Kein Funkenverstand. Halt doch mal still, Junge. Ich will dich doch nur erschießen. Kein Grund sich aufzuregen. Das gibt es doch nicht, ey. So, jetzt aber. Hm? Madeira Mineralscan. Du kommst spät? Ich warte bereits seit fast sieben Minuten. Tut mir leid. Die Wachen an der Tür hatten einen falschen Namen und haben mich nicht durchgelassen. Das ist nicht mein Problem. Für deinen Namen kann ich nichts. Hast du die Informationen, die ich brauche? Ja. Ein Mineralscan für jeden Sektor in Madeira. Es wundert mich, dass ihre Nachbarn Ihnen erlaubt haben, ihren Besitz des Skal. Das ist kein Land. Wirscht! Meine Mit-Paradiesianer. Paradieser. Über die anderen Ebenen. Hier. Verdammt, mein Schild. Wird sich besonders fallen die Spuren von Architekten befunden. Ich weiß nicht, wie die dich noch aushalten kann. Ähm, nicht viel. Hast du Architekt gefördert? Ja, schwache Spuren. Wir müssen ihm nur schnellstmöglich Bescheid geben. Oje. Wie fühlt sich das an? Hm... Das ist nicht nötig. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Weit im Westen liegt noch ein Stück Land, das dringend ist klar. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Lehen wir. Achtung, das ist ein Hinterhalt. Super. Ich hasse die Pitfallmine. Achtest du einmal nicht auf deinen Rücken, da kommt irgendeine Schrotflinte angerannt. Die Straße ruft mich. Dann sind es im meisten Fällen nicht nur zwei, drei Viecher. Nein, da kommen die ganze Rorde an. Oops. Und jetzt geht's. Ein Fingernagel. Oh, ich hab hier erst mal einen Fuchs geschossen. Das muss das mal sein. Ich geb's auf mit dem Scheiß, ey. Ich sag dazu absolut nichts mehr. Oh, ich hab hier. Oh, ich hab hier. So, Fahrzeug bereithalten. Du gehst die Dinger richtig an. Das gefällt mir. So. Bennion der Wildnis, Mord in Madeira Teil 3 und da ist ein Eichenfall. Also, wo wir nur in die Richtung des Eichenfalls fahren. Hier gibt es Material, das wir sammeln müssen. Ups. Ich weiß nicht, ich will den Hellbank überfahren. Ich will zum Eichenfall. Weltraumabfall nähert sich. Ich setze große Hoffnung zu mir an. Oh, dunkle Materie. Ich will den Hellbank überfahren. Oh, dunkle Materie. Oh, du premier. Was kommt. Und es ist nicht klein. Das könnte Probleme bedeuten. Oh, come on. Oh, das sieht richtig gut aus. Na bitte. So, den hätten wir, jetzt können wir Mord in Madeira Teil 3 machen. Ich habe zur Zeit personelle Probleme, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich weiß es nicht. Sag grüß mich, hast du nur Geld? Wir müssen einige Objekte einsammeln. Hellbox, na super. Der ist jetzt durchs Dach gesprungen oder was? Es gilt jede Menge Vorräte anzusammeln. Ich gehe im Deckel. Du hast härter ausgesehen, als du warst. Mach schon. Noch einen von der Karte gewischt. Ja super. Oh. Der hat ja gegen den Raider überhaupt keine Chance verhelfen. Nur Schottis. Der hat einen Schuss gemacht. Der wird ziemlich verarschen. Oh, jetzt rückt mein Arm. So. Es gilt jede Menge Vorräte anzusammeln. Oh, schon wieder eine Schottis. Noch eine Schottis. Oh, zu viele. Nachladen. Es gilt jede Menge Vorräte anzusammeln. Schön langsam. Noch mehr. Da hinten. Okay. Nachladen. Oh. Panzer auch noch mittlerweile. Du hättest weglaufen sollen. Ausbomb. Ich bin okay. Kontakt. Ich schnappe dich. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Kontakt. Mir gefällt das absolut nicht, dass da noch zwei Panzer rumrennen. Nee. Schau dir das geile Gefährt an. So geil ist es nun auch wieder nicht. Es ist ein Quad. Das allererste, was du kriegst. Wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab. Der Meinung bin ich auch. Du gehst die Dinger richtig an. Das gefällt mir. Schön für ihn. So, da drüben ist gleich noch ein Arschchenfall. Bleib mal ganz fix hin da. Nein, Wolch auf der Straße. Verdammt, mein Schild ist hin. Aua, 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 aua. Autsch, Autsch. Bünderchen. Jungen. Bünderchen. Heißt. Bünderchen. Bünderchen. Jungen.